Stoni TV, Tischtennis, Pokalturnier Katzwang, Samstag, 6. Mai 2017, Herrn David Dora, Doppel, mit einer Premiere, Reinhard Steinbecher, Zürcher, Unterastbach, mit Doppelpartnernummer 793.872, erstmals ein Debüt, Michael Viehacker von TV, 1848. Schwabach, 0-0, erste Runde. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Go. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Applaus Applaus Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Willst du weiter? Ich bin mit weiter? Vielen Dank.